Herbstzeit ist Erntezeit. Hier an der Jüßholzstraße gibt es einige Obstbäume, für die man eine Patenschaft übernehmen kann. Bevor es allerdings mit dem Thema richtig losgeht, bitte nicht vergessen, den Channel zu abonnieren. Hier in der Jüßholzstraße gibt es einige Obstbäume, für die man eine Patenschaft übernehmen kann. Die kann man dann auch abernten. Sehr viele Leute werden in ihren Gärten unterwegs sein und dort selber Früchte einbringen. Die Leute, die das nicht tun, die könnten sich möglicherweise überlegen, Früchte des Gartens zu spenden. Vielleicht erkundigt man sich bei der örtlichen Tafel, welche Spenden willkommen sind, weil ich vermute, dass es Äpfel und Birnen zuhauf gibt. Wer allerdings Nüsse hat, Haselnüsse, Walnüsse, da könnte ich mir vorstellen, dass die gerne genommen werden. Das möchte also jetzt einfach mal ein Aufruf sein, der Tafel zu spenden, vielleicht auch mit Naturalien jetzt zur Erntezeit. So gibt es dann ein Erntedankfest für die Tafel. Und das ist erbt, also dort sicher ist weiß, dass die Tafel nach maybeekaoperabre impairt. Und das lässt sich auch mit einer Äpfel- und Hüchten haben jetzt ein Erntedankfest, Ziel bestehtbrosihdamnifChild bio, Vielen Dank.